Von der anderen Seite der Tür kein Laut. Giovanna stand dahinter, die zierliche Faust an die Lippen gepresst. Die Königin weinte. Nine years ago, the US Army began with the development of a new type of weapon. The objective was to build a nuclear bomb without any after effects. In 2070, the first prototype was fired in the Nevada desert. But something went wrong. The results were catastrophic and radiation levels off the charts. After the test results went public, the second prototype was secretly loaded into a submarine and taken offshore. But two days after its departure, the submarine vanished from the radar. Hallo, haben Sie zufällig eine Ahnung, um was es hier überhaupt geht? Ich kenne mich gar nicht mehr hier aus. Das wäre nett, wenn Sie mir da irgendwie helfen könnten. Oder auch nicht. Nun ja, tschüss. Es ist jetzt Dienstagabend, 22.30 Uhr. Ich kann nicht schlafen. Mir geht es nicht gut. Und deshalb sitze ich auf der Fensterbank, schaue dem Gewitter zu, höre auf den Regen. Ehemal. Er ist völlig irre. Die Maske. Das Ding hat sich an ihm festgeklammert und er ist durchgedreht. Er hat die andere Maske genommen und sie ihr aufgesetzt. Ich bin abgehauen. Er hat mich gejagt. Er hat mich angeschossen. Oh Gott, es tut so verdammt weh. Es ist komisch, dass ich es versäumt habe, es Ihnen zu erzählen. Ich erzähle es so oft, wissen Sie. Ja, ja. Ich konnte nicht überhören, dass er begann, lebhafte Gespräche mit sich selbst zu führen. Es schien, als habe die nackte Furcht von dem Besitz ergriffen. Und da konnte ich der Versuchung einfach nicht widerstehen, von den Toten aufzuerstehen und mir einen Spaß mit ihm zu machen. Nein, ich konnte wirklich nicht anders. Es war ja auch nichts dabei. Ich hätte nie gedacht, dass er es so ernst nehmen würde, wenn ich das geahnt hätte. Und danach, nun ja, es war ein hartes Stück Arbeit, den Platz mit ihm zu tauschen. Und dann? Verdammt! Dann habt ihr mich nicht rausgelassen! Die Sonne? Wie, 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 was? Ach, stimmt ja. Oh, da will mich jemand veräppeln! Streit und Zank sind meine Gier! Es ist jetzt Dienstagabend, 22.30 Uhr. Und ich kann nicht schlafen. Mir geht es nicht gut. Und deshalb setze ich auf der Fensterbank und schaue dem Gewitter zu und höre auf den Regen. Keine Ahnung, wer diese Typen waren. Ehrlich nicht. Ausländer? Sicher nicht aus dieser Gegend. Ich hatte verdammt gute Ausrüstung dabei. Die hatten das lange geplant. Die Schriftrolle haben sie dennoch nicht bekommen. Die sei den Tag vorher umgelagert worden. Und bevor es zu einem Kampf kam, haben sie sich zurückgezogen. Ich selbst war an diesem Abend außer Haus. Glück für mich. Glück für mich, dass ich zum einen nicht anwesend war und zum anderen nicht weiß, weil man die Rolle gebracht hat. Denn sonst hätte mir Ruben den Kopf abgeschlagen, wenn ich hätte plaudern können. Es ist jetzt Dienstagabend, 22.30 Uhr. Und deshalb sitze ich auf der Fensterbank und schaue dem Gewitter zu und höre auf den Regen. Lüge mich nicht an! Project X! Diese Chrome! Warum hast du mir nicht von Anfang an erzählt, dass meine Frau an Project X beteiligt war? Lass mich raten. Sie wollte aus Project X aussteigen. Und Anna konnte es wahrscheinlich nicht mehr länger mit ihrem Gewissen vereinbaren. Sie hatte so viel Angst, dass sie nicht einmal mit mir über ihre Arbeit gesprochen hat. Ja, deswegen haben wir uns auch ständig gestritten. Doch die Regierung wollte nicht, dass diese Technologie in die falschen Hände gerät. Vor allem nicht in die Hände der Chinesen und Russen. Und deshalb musste meine Frau sterben, nicht wahr? Und deshalb hat man das Ganze wie ein Selbstmord aussehen lassen. Du wusstest, was sie mit Anna vorhaben. Und deshalb hast du mich überredet, eine Zeit lang bei dir zu wohnen. Anna hatte persönliche Probleme, aber sie war kein Mensch, die Selbstmord begehen würde. Über 20 Jahre bin ich schon beim FBI und ich bin voll drauf reingefallen. Du warst mein Freund. Du warst mal jemand, dem ich vertrauen konnte.